Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 10. November 2024 besprechen und wir fangen an in der Richtung Kursk. Ich kann direkt sagen, aus der Richtung Kursk haben wir keine neuen Informationen. Alles, was wir heute besprechen werden, hat sich am 7. November 2024 eignet. Und einmal ganz kurz zur Erinnerung, was ist da genau passiert. Wir hatten besprochen, dass es ein oder zwei, drei Berichte gab, welche darüber geschrieben haben, dass die Russen einen größeren mechanisierten Angriff in dieser Richtung gestartet haben. Die Rede war vor allem in der Richtung Bagreb-Gemalai-Loknya. Also von dem Norden in den Süden haben die Russen angegriffen. Die Ukraine hatten gesprochen davon, dass die Russen ziemlich viel Verlust hatten an Personal und an Equipment. Jedoch hatten noch die Videos gefehlt, welche die Lage irgendwie beschreiben. Jetzt haben wir das ein oder andere Video erhalten, welches Aufschluss darüber gibt, was jetzt genau in diesem Gebiet passiert ist. Wir konnten auf den Videos mindestens fünf gepanzerte Fahrzeuge der russischen Streitkräfte festhalten, welche beschädigt oder zerstört wurden. Wir haben mehrere Geolokalisierungen. Einmal auf der nördlichen Flanke von Bagreb-Gemalai-Loknya, wo drei gepanzerte Fahrzeuge beschädigt oder zerstört wurden. Dann einmal in Orlovka, im südlichen Teil von Orlovka, zwei gepanzerte Fahrzeuge, welche beschädigt oder zerstört wurden. Aber auch westlich von Nowoye-Sarochina konnten die russen Infanteristen in diesem Waldstück hier landen. Die Karte haben wir dementsprechend natürlich auch angepasst. Dann noch einmal ganz kurz weitere Geländegewinne zugunsten der Russen, welche es laut Syriak-Maps gegeben haben soll. Hier beschreibt der Blogger, dass die Russen die ganzen Waldgebiete westlich der Ortschaft auch bereits vollständig unter ihre Kontrolle gebracht haben, was wir aber aktuell nicht visuell bestätigen können. Jetzt haben wir natürlich eine Zwickmühle, nenne ich das mal so. Wir haben die ukrainischen Berichte auf der einen Seite, welche jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, sagen, die Russen sind zwar vorgerückt, hatten aber enorme Verluste. Man hat auf ukrainischer Seite von über 15 gepanzerten Fahrzeugen und Panzern gesprochen, welche wohl zerstört worden sind bei den Angriffen. Und man hat sogar von Kesselsituationen geredet. Das heißt, wo die Russen in Richtung Nowoye-Sarochina vorgerückt sind, also von dem Norden in den Süden, sollten sie wohl das Gebiet eingenommen haben. Zwar für den Moment, jedoch sollen die Ukrainer recht schnell schon eine Verteidigungslinie gebildet haben, und zwar um die Russen herum und dementsprechend die Russen in dieser Ortschaft eingekesselt haben. Aber ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Nur eine kurze Zusammenfassung, was so das Narrativ, was so die Meldungen sind von den unterschiedlichen Seiten. Laut den Russen sollen die Ortschaften Staraya-Sarochina, Nowoye-Sarochina und Orlovka, ich versuche diese Gebiete einmal hier zu markieren, also das sind die drei Dörfer, welche die Russen in den vergangenen Tagen laut der Gruppe Norden wieder zurück eingenommen haben bei den Offensivaktionen. Wir haben immer das Dorf nördlich von Malay-Loknia und dann die zwei Dörfer darüber, einmal zur Veranschaulichung. Also dazu kommt noch dann, dass der mechanisierte Angriff, wo wir auch ein Video gestern von hatten, welcher durch Pagrebki ging, dass die Russen auch in Pagrebki weitere Geländegewinne verzeichnet haben. Dementsprechend ziemlich unterschiedliche Aussagen, einmal von der ukrainischen und einmal von der russischen Seite. Was jetzt genau stimmt, können wir nicht sagen. Eventuell ist es eine Mischform von beiden Versionen. Es kann natürlich aber auch sein, dass die russische Gegenoffensive einfach komplett gescheitert ist, also dass wirklich nichts irgendwie hängen geblieben ist, dass die Russen wirklich nirgendwo Stellungen sichern konnten und dass die Ukrainer wieder alles hier kontrollieren und einfach alles ein Reinfall war. Kann aber auch einfach sein, dass die ukrainischen Berichte falsch waren. Man hat die Videos so zurechtgeschnitten, wie es einem gepasst hat und die Russen konnten tatsächlich in allen drei Ortschaften überall Infanteristen absetzen, überall die Stellungen sichern, nur haben wir diesbezüglich noch keine Videos erhalten. Also bleibt unklar, wie bereits erwähnt, ich kann euch keine genauen Informationen geben, was jetzt genau in diesen Ortschaften passiert. Wir haben die Karte nach Geolokalisierungen angepasst, mehr können wir in diesem Fall nicht machen. Des Weiteren veröffentlicht die Washington Post einen Bericht darüber, dass jetzt wohl 50.000 russische Streitkräfte, Bodentruppen in der Richtung Kursk wohl dafür angesetzt sind, um die Offensive hier voranzutreiben. Es gab den ein oder anderen Bericht, welcher schon davon geredet hat, dass die Russen in den nächsten zwei, drei Monaten planen, das gesamte Gebiet wieder zurückzuerobern. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, können wir jetzt an dieser Stelle nicht beurteilen. Ansonsten wäre es das aus der Richtung Kursk eine sehr verzwickte Lage, eine sehr unklare Lage, welche wir aktuell dort fortfinden. Das Einzige, was jetzt aktuell helfen kann, ist die Zeit und die visuellen Bestätigungen, welche wir dann in den nächsten Wochen hoffentlich erhalten. Dann machen wir weiter im südlichen Teil von Donetsk. In der Richtung der H15-Straße haben wir tatsächlich in den vergangenen 48 bis 72 Stunden nicht mehr allzu viele Geländegewinde gesehen, von den Russen zumindest keine, von denen wir wissen. Das heißt, langsam werden die Russen langsamer, das Momentum schleicht sich langsam aus. Ich versuche das mal so zu beschreiben, auf der südlichen Flanke hier aus der Richtung Schachtarski, Nowa Ukrainka und Bugia Vlenka. Dennoch heißt es nicht, dass die Russen vollkommen inaktiv geworden sind. Wir sollen wohl weitere Geländegewinne der russischen Streitkräfte nördlich von Maximivka gesehen haben. Das beschreiben zumindest weitere Blogger, welche wir hier auf unserer Karte verlinken. Weitere Geländegewinne entlang der Felder nördlich von Kostanitinivka, aber auch südlich von Maximivka sollen die Russen die ganzen Waldlinien hier gesichert haben. Eine visuelle Bestätigung diesbezüglich haben wir aber immer noch nicht erhalten. Dann gucken wir in die Richtung Kurachawa und wir haben Informationen, dass die Russen wohl diesen Schützengraben wohl vollständig gesichert haben. Ich habe hier einen Post verfasst im Telegram-Kanal, der Link ist der allererste in der Videobeschreibung, auf den ich einmal ein Screenshot markiert habe, welchen ich auf Twitter gefunden habe von einem Analysten. Hier sind Satellitenaufnahmen von den Schützengräben, welche sich vor Kurachawa befinden. Und genau diesen Schützengraben, also ihr seht schon, sehr gut ausgebaut, sehr viele Stellungen, sehr viele Verzweigungen. Genau dieser soll von den Russen jetzt wohl eingenommen worden sein. Und auch in der Ortschaft Kurachawa, also im östlichen Teil, sollen die Russen wohl weitere Geländegewinne verzeichnet haben und die ersten Stellungen der Ukrainer hier eingenommen haben. Auch die russischen Quellen berichten aktuell davon, dass es ziemlich starke und sehr viele Angriffe der russischen Seite in Richtung Kurachawa aktuell gibt. Ansonsten haben wir aber keine weiteren Informationen aus der Richtung Kurachawa. Gucken wir weiter in den Norden und zwar auf die Richtung Pakrovsk, auf die südliche Flanke. Wir haben mehrere Geolokalisierungen, welche zeigen, dass die Russen sich tatsächlich an Zansivka befinden und dementsprechend ziemlich nah am Kurachawa-Reservoir. Aber gucken wir erstmal, was für Aufnahmen wir aus diesem Gebiet haben. Ich werde eine Aufnahme mal ganz kurz zeigen. Und zwar sehen wir hier ein MG, welches auf die russischen Stellungen schießt. Was jetzt das für ein Fahrzeug ist oder ähnliches, das kann man jetzt natürlich nicht genau sagen. Wir sehen aber, diese Stellungen werden beschossen. Wir konnten das Video geolokalisieren und es handelt sich um dieses Gebäude hier, welches die Ukrainer angegriffen haben. Aber auch dieses Gebäude hier wurde von dem ukrainischen Fahrzeug angegriffen. Also wir sehen Schüsse in alle Richtungen. Dementsprechend haben wir auch die Karte natürlich angepasst. Wir hatten diese Gerüchte in Anführungszeichen, so nenne ich das mal, erst in den vergangenen zwei Tagen diskutiert. Aber jetzt haben wir wirklich die ersten Geolokalisierungen, welche zeigen, dass die Russen sich in Zansivka befinden. Weiterhin sollen die Russen auch weitere Geländegewinne in Richtung Jordia gemacht haben. Und bereits die ersten Häuser in Jordia sollen schon auch gefallen sein. Eine visuelle Bestätigung diesbezüglich gibt es nicht. Und weitere Geländegewinne in den Westen. Dementsprechend befinden die Russen sich einmal auf der östlichen Seite von Zansivka, im Zentrum von Zansivka. Und sie greifen aktuell auch die westliche Seite oder können die westliche Seite über diese Waldlinien hier angreifen. Der Druck auf die Ortschaft ist enorm. Sollte diese Ortschaft fallen, dann kann man nur auf die Karte gucken und sehen, es sieht äußerst kritisch aus für die ukrainischen Streitkräfte in diesem gesamten Gebiet. Und jetzt kommen wir auch dazu, warum. Und zwar, wenn Zansivka fällt, haben die Russen nicht mehr allzu viel Strecke, um Richtung Stade Terné beispielsweise zu kommen. Wir können das hier einmal ausmessen. Also von Zansivka bis Stade Terné sind es nicht mal drei Kilometer. Dort würde es eventuell schon ausreichen, die ganzen Waldlinien drumherum zu erobern, um eine Feuerkontrolle über die gesamte Route hier zu erlangen. Dementsprechend wäre die Versorgung für die ukrainischen Streitkräfte in Richtung Berieski beispielsweise, Ilyanka, in die ganzen Felder, Wojnijenka, in den westlichen Teil von Nowosilijivka, wäre natürlich um einiges behindert worden durch diese Aktion, durch diese Übernahme der Versorgungsrouten. Aber es besteht noch die Möglichkeit, dass über dieses Reservoir die ukrainischen Streitkräfte versorgt werden können. Also wenn der Damm hier noch funktioniert, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, die Kräfte zu versorgen. Das ist natürlich um einiges schwerer, um einiges kritischer, so die Kräfte zu versorgen. Weil wenn die Russen eine Feuerkontrolle über die Brücke erlangen, ist natürlich ein Kessel hier gebildet als Beispiel. Was natürlich noch nicht passiert ist, aber was passieren kann. Auch sind Angriffe in Richtung Shevchenko aktuell möglich. Sollten die Russen in den nächsten Tagen oder bereits jetzt eventuell, was natürlich auch sein kann, Sonsivka eingenommen haben. Die Route der Russen ist natürlich hier eindeutig. Wir sehen, wie die Russen einmal aus dem Süden aus der Richtung von Vulidar in diese Richtung vorrücken und einmal aus der Richtung Ukrainsk zu Kurine in diese Richtung ein vorrücken. Es sieht so aus, als würden die Russen einen riesigen Kessel bilden wollen. Aber ob das jetzt wirklich der tatsächliche Plan ist oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Da braucht es noch einige Tage, einige Wochen und Monate, bis wir sehen, in welche Richtung die Russen tatsächlich wollen und was der russische Plan ist. Ansonsten gab es noch weitere Glendegewinne in Nova Alexievka. Hier haben wir eine ukrainische FPV-Drohnenaufnahme, welche bestätigt, dass die Russen sich hier entlang der Felder bereits befinden, zwischen der Ortschaft Nova Alexievka und Nova Dmitryvka. Also weitreichende Geländegewinne der Russen, welche wir heute feststellen konnten. Aber wir haben auch weitere Militärblogger, welche sagen, dass in Richtung Petrivka und Grigorivka die russischen Streitkräfte erfolgreich waren. Wir haben die Karte zugunsten der Russen einmal hier angepasst als Grauzone, weil hier noch die visuelle Bestätigung fehlt. Und das passt natürlich aktuell ins Bild. Wir können ja mal gucken, was so seit dem 1. November hier passiert ist. Wir sehen ziemlich viel FPV-Drohnenangriffe, Aufnahmen, welche veröffentlicht wurden. Genau in Grigorivka, Petrivka, weiter oben in Novopustinka, in Jovde. Also sehr viele Angriffe und genau in diese Route, wie wir sehen. Und genau das ist auch aktuell die Route, welche die Russen eingeschlagen sind, um weitere Glendegewinne zu verzeichnen. Läuft aktuell langsamer als an den anderen Frontabschnitten. Aber trotzdem kommen die Russen hier peu a peu voran aktuell. Ansonsten wäre es das aus der Richtung Pakrovsk. In der Richtung Toiletsk haben wir die Karte zugunsten der Russen angepasst. Und zwar haben wir eine Aufnahme geolokalisieren können, welche zeigt, wie eine ukrainische Drohne hier Granaten auf das russische Personal abwirft. Dementsprechend haben wir hier den Beweis, dass die Russen sich mittlerweile hier kurz vor der Mine befinden. Wir können natürlich nicht aktuell sagen, ob die Russen noch weitere Gebiete hier kontrollieren. Ob es sich um Aufklärungstrupps oder Sabotagetrupps gehandelt hat oder ähnliches. Oder ob das einfach ältere Aufnahmen sind. Weil eigentlich hätten die Russen dort schon vor einigen Wochen gewesen sein müssen. Kann natürlich auch sein, dass die Aufnahmen einige Wochen alt sind. Aber ausschließen oder bestätigen können wir das aktuell nicht. Aber im Großen und Ganzen deutet eher alles aktuell darauf hin, dass die Offensivaktionen in Toiletski wieder angefangen haben. Und zwar in Richtung der Mine. Nicht mehr durch Sabalka, also durch den Stadtteil, welcher sich im Süden hier befindet. Sondern man versucht direkt die Mine anzugreifen, um das gesamte Gebiet hier zu umgehen und den Stadtteil Sabalka abzuschneiden. Aber wird sich auch in den nächsten Wochen zeigen, was genau dort passiert. Dann kommen wir in die Richtung Chasafyar. Hier haben wir eine russische Quelle, welche versucht zu beschreiben, was aktuell hier vor sich geht. Welche Divisionen und Brigaden wo zuständig sind. Ich denke, das ist jetzt aber eher weniger interessant aktuell. Ich denke, was am interessantesten ist, ist die Richtung, welche die Russen aktuell hier einschlagen. Und wir sehen, laut dem Bericht soll es drei Angriffsrichtungen geben, in welche die Russen ins Zentrum von Chasafyar versuchen vorzurücken. Es soll laut diesem Blogger auch weitere Geländegewinne gegeben haben. Unter anderem in die Richtung Pivnitschni. Aber visuell bestätigen können wir diese nicht. Wir hatten in der Vergangenheit schon ziemlich viele Fake News aus der Richtung Chasafyar. Das sei einmal angemerkt, weswegen wir hier vor allem ziemlich vorsichtig sind, was die ganzen Meldungen angeht. In der Richtung Siversk haben wir nichts erhalten. Und in der Richtung Kupiansk geht es aktuell voran für die Russen, aber in die Richtung Barowa tatsächlich entlang des Oskil-Flusses. Barowa, darüber hatten wir schon bereits vor zwei, drei Monaten, meine ich mal, darüber gesprochen. Weil es dort einen ukrainischen Bericht von Deep State UA gab über die Offensive oder die potenzielle Offensive der russischen Streitkräfte in die Richtung Barowa. Jedoch ist diese dann ausgeblieben und die Russen haben sich eher auf die Flanke in Pichane konzentriert und waren dort auch erfolgreich über mehrere Wochen hinweg. Jetzt sehen wir seit einigen Wochen kleinere Aktivitäten in Richtung Barowa. Und tatsächlich sollen die Russen auch hier bereits genug Personal konzentriert haben für größere Offensivaktionen, welche in diesem Gebiet stattfinden. Mittlerweile sollen die Russen sich kurz vor Lasova befinden und die Offensivaktionen in dieser Ortschaft sollen auch voranschreiten. Aber auch ein bisschen weiter südlich in Richtung Selyone-Chai, also die Ortschaft, welche sich hier befindet, soll es weitere Angriffe der Russen gegeben haben und auch weitere Geländegewinne. Barowa wird aktuell auch evakuiert. Wir haben einen Bericht von einer russischen Quelle, welche darüber spricht, dass die Autoritäten hier bereits erwähnt hatten, dass die Ortschaft sich bitte aus dieser Ortschaft Barowa zurückziehen sollen und sich in sichere Gebiete begeben sollen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich habe bis jetzt leider auf Google nichts finden können, welcher diese Aussage bestätigt. Bis jetzt haben wir aber nur die russische Quelle. Das sei einmal angemerkt an dieser Stelle über die Evakuierung in Barowa. Ansonsten in Richtung Kopiansk kam wir nichts. Die Russen befinden sich weiter, knapp zwei Kilometer von Kopiansk direkt entfernt. Natürlich eine kritische Lage. Was mich immer noch wundert, das habe ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt in den vergangenen Monaten, dass wirklich niemand über Kopiansk so richtig berichtet. Das scheint irgendwie niemanden so zu jucken, was mich jetzt irgendwie ein bisschen wundert an dieser Stelle. Einmal klein angemerkt. Ansonsten haben beide Seiten sich wieder mit Drohnen angegriffen. Kommen wir einmal zu den russischen Drohnenangriffen. Hier soll es wohl 145 Schahid-Drohnen gegeben haben, welche auf das ukrainische Territorium losgeflogen sind. Es gab einige Videos von Detonationen. Was jetzt genau getroffen wurde, können wir aber nicht hundertprozentig genau sagen. Aber auch in Moskau gab es einige Drohnenangriffe. Wir haben sogar ein Video, welches zeigt, wie eine Drohne hier über den Himmel fliegt. Hier sehen wir das. Eine ukrainische Drohne, welche auf dem Weg Richtung Moskau ist. Laut den Russen soll es knapp 70 ukrainische Drohnen gegeben haben, welche das russische Territorium überquert haben. Und davon sollen wohl auch alle abgeschossen worden sein. Bestätigen lässt sich das jetzt aber aktuell nicht hundertprozentig. Und 34 davon über dem Gebiet von Moskau. Was jetzt die militärischen Ziele genau da waren, das lässt sich nicht genau sagen. Aber eine ziemlich kritische Lage. Beide Seiten bombardieren sich aktuell mit Drohnen und versuchen natürlich die jeweilige Luftverteidigung hier zu schwächen. Kostet natürlich auch Geld. Bei den Ukrainern ist es aber ein bisschen anders. Die, wenn die mal so eine Drohne losschicken, was mir halt aufgefallen ist aus meiner subjektiven Wahrnehmung, dann eigentlich immer mit einem größeren Ziel. Ist jetzt nicht so, dass die Ukrainer hier wie die Russen tagtäglich Drohnen losschicken auf die andere Seite. Sondern eher, wenn sie angreifen, dann eher gezielt. Ab und zu, genauso wie heute, kommt es mal seltener vor, dass dann einfach so Massenangriffe, nenne ich das mal, auf die andere Seite geflogen werden. Aber die Regel ist das eher nicht. Dann gab es noch einen ganz spannenden Bericht von der BBC. Und hier werde ich nur einen Satz vorlesen. Crimea is gun. Also weiß ich nicht. Wenn Ende 2024 man jetzt erst darüber nachdenkt, dass die Krim, also Crimea, in dem Fall jetzt schon wahrscheinlich nicht mehr zurückzuerobern ist. Weiß ich nicht. Also der hat den Schuss nicht gehört. Ich denke, das war jetzt wahrscheinlich schon seit Mitte 2023 klar, dass man darüber gar nicht erst nachdenken braucht, weil das so unrealistisch ist. Ich denke, die Gründe hatten wir jetzt schon mehrfach diskutiert. Wir können ja mal einmal auf den gesamten Frontverlauf gucken, mit was für einem Aufwand und mit was für einer Kapazität und Ressourcen die Russen, die Offensive im Donbass oder in Kursk vorantreiben und wie klein die Geländegewinne sind. Wenn man das jetzt im Gegenzug zu den Ukrainern einmal runterrechnet, auf deren Personal, auf deren Möglichkeiten, auf deren finanziellen Möglichkeiten, auf deren Ressourcen etc., dann ist es natürlich schwer vorstellbar, dass die Ukrainer hier das gesamte Gebiet wieder zurückerobern werden. Also weiß ich nicht, finde ich mal ganz spannend, wenn die Leute darüber diskutieren, kann die Krim jetzt zurückerobert werden oder nicht, muss ich mal leicht schmunzeln. Ich denke, die meisten anderen, die die Videos hier gucken, denke ich mal auch. Und dann noch eine andere Aussage, welche ich ganz spannend fand vom The Economist. Hier sollen wohl 20 Prozent der ukrainischen Armee bereits desertiert sein. Aber kurz angemerkt zur Einordnung, das heißt nicht, dass 20 Prozent weggelaufen sind, nicht mehr auffindbar sind. Dazu zählen auch Leute, also natürlich gibt es Leute, die sollen in eine Stellung, aber ziehen irgendwo hindurch, wo sie sich verstecken, weil sie keinen Bock drauf haben, im Schützengraben zu chillen. Natürlich, das gibt es, aber die meisten von diesen 20 Prozent der ukrainischen Armee sind halt Leute, welche einfach Befehle verweigert haben. Wenn man gesagt bekommt, jo, du rennst jetzt in diesen Schützengraben und dann bleibst du sitzen, solange, wie wir es hier sagen, wahrscheinlich dann bis zum Tod, logischerweise, teilweise, dann kann man sich vorstellen, dass jemand sagt, nein. Und genau diese Zahlen fließen auch in die Statistik, aber fand ich ganz spannend. Ich denke, das beschreibt dann vor allem Missstände, welche es gibt, auch die Kommandeure auf beiden Seiten. Es gibt natürlich immer schwarze Schafe, da mehr, da weniger, aber es gibt natürlich auch einfach A-Löcher, das brauche ich gar nicht erwähnen, die gibt es, die wird es immer geben, allein aus statistischen Gründen. Aber diesbezüglich wird mich mal eure Meinung interessieren, vor allem, was die Kommandeure angeht. Ist das hinnehmbar, wenn jetzt, sagen wir, von 100 Kommandeuren drei korrupt sind, drei komisch sind, einfach ein Ego-Problem haben, Leute losschicken in den Tod aus persönlichen Gründen? Was haltet ihr davon? Ist das dann ein Grund, beispielsweise einen Gerichtsprozess zu eröffnen oder würde das die Moral einer Armee schwächen? Hier können wir auch nochmal das Beispiel nehmen, beispielsweise Kriegsverbrechen. Auf der russischen Seite gibt es sehr wenig Fälle, beispielsweise, welche Kriegsverbrechen aufklären. Nehmen wir mal an, jetzt vor kurzem wurde erst ein seltener Fall und zwar wurden zwei Russen verurteilt in Russland, von Russland, bezüglich von Kriegsverbrechen. Diese haben unnötigerweise eine Familie eliminiert. Das hätte nicht sein müssen, es sind Kriegsverbrechen, diese wurden verurteilt zu einer Haftstrafe, beide. Und es gibt natürlich viel mehr Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, welche aber nicht geahndet werden. Und das hat den einfachen Grund, man möchte natürlich nicht die Moral der Armee schwächen. Man nimmt diesen Kollateralschaden, so hart es klingt, man nimmt den einfach hin, um halt die Gesamtheit nicht zu gefährden. Mich würde mal gerne eure Meinung diesbezüglich interessieren und dann wäre es das aber auch schon von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt in Bevorzugung, immer eine diplomatische Lösung. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.